so leute herzlich willkommen zu einem neuen video der sommer ist da also ist auch eine neue eiswürfelmaschine da die eiswürfelmaschine auf amazon bestellt die ist von der marke kesser hat sehr gute kundenbewertungen und wir testen das gerät einfach mal ich verlinke euch das gerät unter diesem video amazon hat mir das gerät innerhalb von zwei tagen geliefert also wie immer kann man nichts sagen ich bin sehr zufrieden und jetzt testen wir auch mal wirklich ob diese eiswürfelmaschine innerhalb von sieben minuten die ersten eiswürfel herstellt wir packen das gerät mal aus so leute so sieht das gerät aus wirklich sehr schönes gerät ganz einfach zu bedienen hinten haben wir einfach das abwasser auslassen das restliche wasser genau auch schöne farbe die farbe gibt es einmal in schwarz einmal in weiß das prinzip ist ganz einfach hier haben wir noch einen kleinen eiswürfelbehälter so das prinzip ist ganz einfach hier kommt wasser rein in den behälter und dann sollten wir eiswürfel wieder raus bekommen in die eiswürfelmaschine von kesser passen 2,2 liter rein und das prinzip ist ganz einfach wir nehmen das hier raus hier kommt später die eiswürfel rein schütteln wir schütteln hier mal ein liter rein vielleicht noch mal ein liter machen das wieder rein schalten das gerät an hier haben wir noch ein sichtfenster was auch wirklich sehr gut ist und jetzt haben wir das gerät eingeschaltet und jetzt können wir aussuchen ob wir small eiswürfel wollen oder large eiswürfel also größere oder kleinere eiswürfel ich nehme jetzt erst mal kleinere und hier zeigt er an ob das eisfach voll ist und ob wasser zugefügt werden muss so sieht das ganze dann aus von innen noch nicht spektakulär deswegen warten wir jetzt erst mal ab und lassen das gerät arbeiten ich halte jetzt mal die zeit an und dann schauen wir ob es wirklich sieben bis zehn dauert die ersten eiswürfel herzustellen jetzt macht das gerät die ersten eiswürfel herzustellen und es hat acht minuten gedauert also das finde ich jetzt wirklich sehr sehr geil wirklich in acht minuten eiswürfel hinzubekommen das ist jetzt die größte small das ist echt geil also man kann nicht sagen das gerät ist echt top hält was es verspricht jetzt kommt die eiswürfel darunter genau also ich bin mit dem gerät sehr sehr zufrieden wenn wir das ding jetzt mal so eine halbe stunde laufen lassen würden hätten wir ordentliche eiswürfel für jede party für zu hause eigentlich echt gut was ich ein bisschen schade finde ich finde das gerät extrem groß aber für so eine technik also das ist extrem groß schon etwas groß aber ich denke für so eine technik muss sowas sein ich kann das gerät nur empfehlen ich werde es unter diesem video verlinken leute kessler ist eine super marke testet es aus falls ihr so eine maschine braucht und natürlich schmeckt es besser wenn man so eine eiswürfel maschine hat und das wasser direkt so gefiltert wird und man dann schöne kristallklare eiswürfel hat ja leute an sich gerät gut etwas groß coole einstellungen mit kleinen und großen eiswürfel einfach zu bedienen hinten kann man das wasser rauslassen selbst reinigungs mit drin ich verlinke euch das gerät unter diesem video und dann würde sagen sehen wir uns zum nächsten video wieder ciao